also heißt es andersrum ich habe das bedürfnis helfen verstehe ich gar nicht kommen noch gut weiter aber dann kann 15 zuschauer sie alle da seid vielen lieben dank wahnsinn ich nicht gedacht dass so viele gucken vor allem nicht für twitch was aber lasst mich die haben kein kopf lasst mich lasst mich ich war das nicht die weg kommt einer mit dem kopf hier alter komme ich gar nicht dran ich komme gar nicht an den schalter schon ein bisschen makaber ja dem fehlen die köpfe bei einigen oh gott und wir haben alle weiße schlüpfe an gott das sieht man noch alles die rally streifen da ist jemand da ist das ein komischer wurm warte mal was passiert wenn ich hier kann ich hier nein da 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 hinten will ich da will ich springen das hat doch bestimmt sinn dass hier nochmal runter machen kann das wasser oder ich alter ich komme er hier wie sich am quälen ist ich hier vielleicht hoch springen lassen warte mal ich probiere mal danke ach wie krass das ist so strange dass es genau andersrum ist die wasser wasser oberfläche ist unten oh gott und jetzt den knopf drücken während des fallens das schaffe ich nie im leben ah doch okay ich dachte schon hey noch mehr folgt mir einfach wir machen eine propaganda hör auf zu putzen und komm mit jawoll huuuhu äh nein das war nicht gut hilf mir das sind so komische geräusche voll nicht geh weg lass mich danke ciao was ist das denn guck mal da hinten läuft einer mehrere sogar mhm wo muss ich jetzt hinten ich kann doch nicht hier runter springen oder etwa doch ne ach krass es sind also alle so komisch benommen und irgendwie so ja so weiß nicht so kann ich den fachstuhl rufen oder irgendwie so wie krieg ich denn die augen runter jetzt die 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 sind auch immer einfach in den tod gelaufen der geilste war bei lemminge immer gewesen der knopf mit der explosion 5 4 3 2 1 und dann war es vorbei mit der lemminge das ist so ein geiles spiel schade ist die marke so verwurstet haben damals mit lemmings 3d und so ne kacke furcht mehr auf schritt und tritt da hinten laufen auch schon wieder welche so strange alles das ist die 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 Sieht echt aus wie Michael Jackson so. Mit seinem roten Pulli, der schwarzen Hose. Und den weißen Socken in den schwarzen Schuhen. Juhu. Eine rote Treppe. Wo mag die ihn führen? Äh... What the fuck? Was ist hier los? Die beobachten hier einige Leute. Und gucken dabei zu. Was machen... Was machen die hier? What the fuck? Was machen die hier? Ich nehme mal den Wagen mit. Ah, hier. Leiter. Na. Ich bin gespannt, was da drin ist. Äh... Hallo? Okay. Oh oh. Der berühmtes Game irgendwie. Ja. Was gucken die sich denn da an? Wie die auch mal da hingucken, dann total geil gemacht. Diese kleinen Details an dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich... 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 Das war für mal eine riesen Kugel. Hallo? Wo muss ich hin hin? Ah, so. Okay. Äh... Wie komme ich denn da rüber? Wie komme ich denn da rüber? Da rüberkommen. Ah, okay. Ach, du heilige Schorsack. Was machen die hier? Was machen die und fabrizieren die hier? Ich meine, dass sie mit Menschen forschen, ist ja so ein bisschen klar, ne? Aber... Aber so extrem groß auch. Hey, Wasser. Uh. Wir können unter Wasser atmen. Dank unserer netten Tante. Hör. Ich finde es gut, dass er immer alle Hebel betätigt, egal was es ist, ob es vollkommen froh ist. Es juckt ja gar nicht. Äh... Da unten komme ich gar nicht dran, oder wie? Äh... Hallo? Komm schon! Okay, er kommt mühsam da dran. Aber ganz mühsam. Das dauert ein bisschen. Na, komm schon! Geht das oder geht das nicht? Ich glaube nicht. Ich komme da irgendwie nicht dran. Okay. Aber... Wie soll ich denn da dran kommen? Ja. 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 Äh... Ähm... Fünf Stunden später. Ne. Ich komme da nicht dran. Ah, okay. Moment. Jetzt aber. Ja. Ja, jetzt. Juhu. Na. Äh... What the fuck? Hä? What the fuck? Kann das sein, dass ich oben den aktivieren muss und ganz schnell ins Wasser muss? Na, spring runter. Juhu. Äh... Ich bin nackt. Was? Timmy ist nackt. Äh, ich meine Michael Jackson. Ich ziehe die Kabel einfach hier. Kann ich die Kabel hier ziehen? Hallo Jungs. Guckt euch meinen Penis an. Oh, Entschuldigung. Ich meine, wir haben ja sowieso. Na. Null Uhr. Wo ist das denn? Iiiiiiii. Iiiiiiii. Was ist das denn? Iiiiiiii. Uah. Komm, wir freien ihn mal. Uah, was? Lass mich los. Alter. Iiiiiiii. Uah. Alter, was? Was? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ähm. Iiiiiii. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Ich bin ein... Iiiiiiii. Ich bin ein fetter Klumpen. Ein fetter Klumpenmasse aus irgendwas. Iiiiiiii. 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 What the fuck? Was? What the fuck? Wo ist Timmy? Oh Gott. Alter, was? Alter, was? Alter, what the fuck? Ich bin's. Euer Tod. Fett, fett, fett. Ich seh in der Haus. Alter, what the fuck? Ich komm nicht dran. Ich komm nicht dran. Ich komm nicht dran. Iiii. Iiii. Alter, Iiii. Boah, Iiii. Boah, alter. Boah, uuuh. Oh. Boah, uuuh. Boah, uuuh. Boah, uuuh. Hallo, ich bin's, der Gilb. Ich mach ein weißer Gardinen grau und schmutzig. Boah, uuuh. 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 Ja, mal schön. Gib mir einen Kuss. Huch, alter. Höh. Ja. Erstmal die Serverfarm von Google mitnehmen. So. Huch, hallo? Nimm mit. Uuuh. 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 Guck, wie die alle gucken. Ja. Zack. Zack. Alter. Boah, Iiii. Alter, wie der sich da drauf quält. Höh. Gefallen. Höh. Ja, ich bin's. Dickel. Ich werde dich aufessen. Weil ich mit dir fertig bin. Es ist noch deine Familie. Uuuh. Boah, alter Flatsch. Höh. 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 Lecker. Hüi. Uuuh. Uuh. Uuh. Schiff, ich will ne Geilserhöhung. Höh. Uuh. Okay, dann nicht. Höh. 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 Tut mir leid, du bist gefeuert. Höh. 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 Ich kann nicht mehr. Es ist sowieso leid, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Was kann ich hier? Kann ich irgendwas mitnehmen? Höh. 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 Ah, hier das Brett. Oh, ich hab schon, Alter, meine Tage. Die Gusszeneh und die liegt neben mir und pennt, als ob nichts wär. Lol. Ähm. Ge weg, wir scheiße Tönen. Höh. 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 Warte mal, kann ich das Brett mitnehmen? Und dann drauflegen vielleicht? Geht weg! Sonst knüpple ich euch nieder! Ja! Und was ist für die? Ich komme! Alter, mit dem ne Arschbombe, Alter! Flatsch! Oh! Alter, guck mal, da ist ein Arm abgegangen! Alter! Hilf mir! Hilf mir! Der hilft uns! Ah, wie krass! Ich passe durch die Tür! Und auch durch! Kann ich das werfen? Ja, kann ich, jo! Hey! Flatsch! Flatsch! Okay, was muss ich tun? Ich bin mir nicht sicher! Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich tun muss! Da oben ist irgendwas zum Anzünden, aber ich habe ja nichts! Ich habe ja nur das Holz hier! Ich kann eine Kiste werfen! Schaut mich an! Ich kann auch im Zirkus arbeiten! Ähm! Wenn schon hier, dann im Zirkus! Als Mr. Krabs! Ah, wofür soll der in die Kiste sein? Ich kann hier doch... Ah, da oben, guck mal! Aha! Ah ja! Komm mit, Kiste! Guck mal! Ich kann schon in den Brand stecken gleich, irgendwie! Oh, warte mal! Moment! Ich hole dich gleich! Boah, jetzt fährt die da rein, Alter! Ja! Oh, ist das schön warm! Oh, ja! Oh Gott! Der Spekinator! Uh! Der Spekinator! Hallo! Sollst du dich nicht dran reiben an die Kiste? Sollst du die Kiste mitnehmen? Boah, so viele Arme hätte ich gerne auf der Arbeit auch mal! Hui! Aua! Ne! Ach, hör auf! Yeah, ihr Wichser! Ihr könnt mich mal! Ciao! So! So! Inspektor-Gadget! Infect... Infecti-Gadget! So! Äh! 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 Ja! Geronimo! Uh! Ich frage mich, wo Timmy ist! Lebt Timmy da drin noch? Oder... Oh! 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 Eine Wand! Oh! 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 Blehlehlehlehlehlehlehlehlehlehleh! Kommt davon, wenn die so forschen. Er hat echt das böse W-Wort gesagt. Was ist das böse W-Wort? W-Wort. Welches böse W-Wort. Was, wenn du dich steckst, ey. Steifen und so. What the... Alter. Alles sinkrecht? Ja, kannst du dann auch mal sagen. Alter Schwede. Das ist eigentlich in dem Vieh noch helfen, ey. Wo ist denn da oben? Wo ist da unten vor allen Dingen? Und wo ist der Anfang? Das kann ich nicht schreiben. Nee, lass mal liegen. Ich will da gerne... Uah. Kann er das da machen vielleicht? Gib her. Na, wie geil. Nein. Ach, scheiße. Fuck. Fast schon geschafft. Wie cool. Dass sie uns sogar helfen, Alter. So ein Fetti. Gib her. Ja. Ich pass durch die Tür. Was ist das denn da hinten? Äh, hallo? Gib her. Wollte mich verarschen. Das ist doch eine Falle. Oh, nein. Was? Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Ich will hier raus. Ich bin Fetti mit Fett, Fett. Oh, nein. Wieder alles abgerabbeld, ey. Alter. Alter. Hallo Penkiller, ich grüße dich, willkommen zu Let's Play Live Show. Flup. Ich will eine Gehaltseröfung. Äh, muss ich nach oben? Hallo Freunde, ich bin wieder da. Alter, der kann doch kommen nur laufen. Hallo, guck mal, da oben ist Bein, ey. Oh nein, dafür bin ich viel zu fett. Äh, nochmal mit Anlauf jetzt und dann los geht's. Ui, oh, oh, was? Aua, au. Hey, das ist der von Star Wars. Wie heißt der nochmal? Chewbacca? Ne. Kann ich's mehr machen? Jabba, ah ja, Jabba, Jabba da Hut, hieß der genau. Ähm, ich kann nichts mehr machen. Ich, äh. Ja, alles klar. Aber die auch? Ähm. Das. Ich kann nichts mehr machen. Äh. Ja. Das kam jetzt unerwartet, muss ich sagen. Das kam jetzt sehr unerwartet. Hallo, da bin ich wieder. Das war Inside. Ich will wissen, was ist mit Timmy? Was ist bitte mit Timmy? What the fuck? Was ist bitte mit Timmy? Wo ist Timmy? Und was? Oh mein Gott. Was ist mit Timmy? Was für ein Ende, Alter. Mit diesen fetten Klumpen. Oh, ich habe eine Gehaltssöhung verdient. Oh Gott. Alter. What the fuck? Ich würde gerne wissen, was mit Timmy ist. Bin ja gespannt auf das nächste Spiel von den Jungs. Ob da vielleicht irgendwie so eine Hommage dann kommt. Schade, ey. Aber trotzdem, ein sehr großartiges Spiel, muss man sagen. Sehr, sehr geil. Also. Hut ab. Cooles Spiel. Genauso wie Limbo. Damals. Aber das hier hat mir sogar noch besser gefallen wie Limbo, muss ich sagen. Das hat mir noch besser gefallen, ne? Was? Das Ziel ist sich Sonnenlegen. Achso, das Ziel ist sich Sonnenlegen. Ja. Komm, klick mal wieder auf deinen Channel. Juhu. Sehr schön. Das hat mir echt besser gefallen wie Limbo, muss ich sagen. Das war echt... Das war definitiv besser, fand ich. Sogar. Was ist das? Kann ich jetzt noch was machen? Oder... Oder... Das... Das... Ja. Played it inside. Das war... Inside. Es gibt wohl noch ein... Was ich mir sagen lassen habe, es gibt wohl noch ein geheimes Secret-Ende. Aber... Um das zu finden, muss man alle diese... Diese... Diese komischen Bälle da finden, wo wir da diesen Stift da rausgezogen haben. Und das soll wohl auch nicht so pralle sein, das Ende. Aber... Ähm... Nichtsdestotrotz. Ein großartiges Spiel inside. Kann ich jedem empfehlen. Kauft es euch. Ist, glaube ich, sogar momentan sogar immer noch im Angebot. Bin mir mir nicht ganz sicher. Weil ich hab's, glaube ich, für 7 Euro geholt. Oder für 6 Euro. Und lohnt sich definitiv. Haben wir jetzt... Wie lange haben wir gespielt? 3 Stunden? Knapp 3,5 Stunden? Ja, 2,5, 3,5 Stunden. Irgendwie sowas. Und... War ein richtig geiles Game. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ne? Auch wenn's nur eine Kamera war. Wie gesagt. Aber es hat davon gelebt, von der Atmosphäre. Fand ich auch besser. Als wir jetzt so mit rein zu quasseln. Ähm... Also mit meiner Gesicht... Ähm... Meiner Gesicht, vor allem. Mit meiner Hackfresse. Mein Gott, was ist los? Und... Ähm... Ja. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch zu streamen. Wir haben ja schon fast 1 Uhr. Mein Gott. Es ist Wahnsinn. Ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Feierabend an der Stelle. Es hat mich sehr, sehr gefreut, euch mitnehmen zu dürfen, heute wieder in der Let's Play Live Show. Wir machen morgen weiter. Sonntag um 16 Uhr geht's wieder weiter mit dem Stream. Und... Äh... Würde mich freuen, wenn ihr dann anschaltet. Dann sehen wir uns morgen wieder. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist für heute ein toller Stream mit euch. Und würde sagen, ich bin raus, Jürio. Bis denne.